Wenn ich in einem beliebigen Dreieck, das muss also jetzt nicht rechtwinklig, gleichseitig, gleichschenklich oder sonst irgendwas sein, wenn ich da gegeben habe, zwei Seiten und einen Winkel oder zwei Winkel und eine Seite, dann benutze ich den Sinussatz. Wann benutze ich aber jetzt den Kosinussatz? Zum Beispiel wollen wir sehen, wenn von einem Winkel zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel gegeben sind, das andere waren nämlich zwei Seiten und ein gegenüberliegender Winkel beim Sinussatz. Hierbei haben wir zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel. Nehmen wir mal B gleich 3 cm, C gleich 10 cm und Alpha gleich 15 Grad. In so einem Fall benutze ich den Kosinussatz. Und wie lautet jetzt der Kosinussatz? Das hat immer was zu tun mit allen drei Seiten, oder da kommt von allem was drin vor. Ich werde jetzt mal für Alpha das Ganze machen. Da steht da Kosinuss Alpha ist gleich B Quadrat plus C Quadrat minus A Quadrat. Ja, hier steht Alpha und zu Alpha gehört ja immer A. Das wird hier hinten abgezogen. Das können wir gleich nochmal sehen. Geteilt durch 2BC. Ich schreibe jetzt nochmal die anderen beiden Varianten hier hin. Man muss sich nur eine Variante merken, werde ich jetzt dabei schildern. Denn wir haben Kosinuss Beta. Wenn ich mir jetzt das gemerkt habe und will jetzt auf Kosinuss Beta kommen. Dieses hier, will ich zugeben, habe ich gerade eben aus der Formelsammlung abgeschrieben. Kosinuss Beta ist gleich so. Ich will hier hinten Minus B Quadrat haben. Dann kann ich hier oben ja nur noch A Quadrat plus B Quadrat haben. Das heißt, siehst du, mache ich schon gleich den ersten Fehler. Also, wenn wir B hier hinten haben, dann müssen A und C hier vorne hinkommen. Das war jetzt gerade eben eine Schusseligkeit. Aber, wenn man eine Schusseligkeit bemerkt, ist es immer sinnvoll, das auch zu erzählen. Weil nur dadurch, dass man das tot schweigt, wird man den Fehler mit Sicherheit nochmal machen. So, hier unten, B, C, B, C, A, C, also A, C und die zwei davor, fertig. Wenn wir Kosinuss Gamma, und jetzt will ich mich mal ganz doll konzentrieren. Dann haben wir Minus C Quadrat durch, und jetzt haben wir hier tatsächlich A Quadrat plus B Quadrat durch 2AB. Das sind die drei Möglichkeiten für den Kosinuss Satz. Und jetzt kann man natürlich sagen, was muss ich gegeben haben. Ich kann zum Beispiel B und C und Alpha, A und C und Beta, dann kann ich nämlich dieses, 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 dieses und dieses hier einsetzen und kriege dann hinterher B raus. Das ist relativ wichtig für bestimmte Aufgaben. Wenn jetzt jemand mal eine Aufgabe hat, die er mir schicken mag, schreibt das als Kommentar oder als E-Mail und dann mache ich dazu direkt nochmal ein Video.